Schönen guten Abend, hier ist Pop nach 8 heute wieder aus dem Funkhaus, aber nichts desto trotz genauso live wie gestern. Live-Gäste nämlich Smoky, dauert noch ein bisschen bis sie kommen, aber sie sind in München, ich habe sie vorher schon getroffen, die Smoky-Fans sollen also auf jeden Fall schon mal dranbleiben, dann ist das Smoky, die Jungs wühlen bereits in der Post, die ihr mir geschickt habt, aber wenn ich sie ganz kurz stören darf. Hallo und good evening, guys. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. You know, they've learned some German already. Yeah. Speak like a pommes frites. Weisbrot. Also ihr seht, dass sie hauptsächlich mit Speisekarten zu tun haben. Das Deutsch, das sie gelernt haben, ist hauptsächlich darin zu finden und das andere Deutsch, das sie gelernt haben, das ist vielleicht nicht so unbedingt fürs Radio geeignet. Wir haben viel Zeit, fast eine halbe Stunde, uns mit Smoky in ihrer neuen LP zu beschäftigen, for a lot of time to talk about you, about your new plans and of course about your records. And I've got some letters with quite interesting questions. Vielleicht fange ich gleich mal mit einigen Fragen der Hörer an, an Smoky, because she did one for Alan, for Terry, for Chris and Pete. Hey, happy birthday to Chris. When has been your birthday? Um, what day is it now? Last week, last week it was, last Friday, I think. Last week. Last week. Last week. Yeah. Letzten Freitag hat er Geburtstag gehabt, also nachträglich all the best wishes. Thank you. It's 48. It's 48 now. It was the first of 51. Looks like 42. So, also er ist 42 und natürlich ein Scherz von ihm, er ist höchstens 35. Well, Alan, do you live still in the house from your parents? No, not anymore. Well, she likes to know that the girl from DDR, from German Democratic Republic, and of course there's an interesting question for all Hörer, die in der DDR wohnen. Is there a chance that Smoky's gonna to play in the DDR again? In East Germany. You did it already, did you? No, we've never actually done a tour or anything there. We've done TV shows there. Ah ja, because you wrote. Yeah. We probably might do another TV show. I don't know about the tour. We're doing a tour of Yugoslavia soon. I'd like to play there. Yeah. You'd like to go there? Yeah. As long as it's nice to us. Because a lot of business are from DDR to 19. Yeah. 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 Also für alle Hörer in DDR, die Information, dass Smoky jetzt eine Tournee durch Jugoslawien macht, also zumindest in den Ostblock reinkommt und dass sie wieder gerne Fernsehen machen würden. Sie haben bereits eine Fernsehshow gemacht und sie würden auch gerne wieder eine machen. Well, there's some question from Hanelore. Hanelore, which got a Smoky letter. Ah, very good. Der hat Smoky auf dem Briefpapier oben drauf gedruckt. Die Frage 2 und die Frage 5 ist sehr wichtig. Is it made completely that Smoky's going to play on the 3rd of December in the Olympic Hall in Munich? I think so. Definitely. Yeah. It's a roundabout then anyway. We think we're sure. Hang on, let's just see if we can see something to the window. Is that right, the 3rd? The 3rd of December in Munich. We were just asking Don Mondrell, who's old enough to remember. Aha. Sie haben also einen großen Jungen dabei, der sich das alles aufschreibt. Den haben sie gerade gefragt, aber durch die Scheibe geht das nicht so gut. Smoky kommt auf jeden Fall definitiv im Dezember nach Deutschland. Der 3. stimmt. Klar, einer weiß es. Böpplchen weiß es im Notfall immer. Also ihr könnt sicher sein, Smoky kommt. Und hier kommt Smoky auch mit ihrer aktuellen aus dem Spurs. Of the games that I played. And the love that I lost forever. So man, wait so tight, if you say it's alright, and we love till the light shines through. Baby, it's up to you. Baby, it's up to you. Baby, it's up to you. Ellen, bearbeitet bereits eure fanpost hier. You're working with a fanpost? Yes, I am. I'm having a good look. I can't understand some of it, but... I can't understand some of it. I can't understand anything. He's our secretary. It's funny you should say that. Last night I was lying in bed and I was thinking, you know, maybe we should record a song in German. And I thought, nah. Nah, probably not. Get people to write up and see if they want it. It's interesting to know that you were in bed last night, so that's the information we need. Also, er hat gesagt, er hat sich letzte Nacht im Bett überlegt, ob tatsächlich Smokey irgendwann eine deutsche Platte produzieren sollte. Ich finde es interessant, dass wir also letzte Nacht im Bett waren, haben also sich gut vorbereitet auf dieses Interview. Und er hat gesagt, dass er nach einem Überlegen doch gedacht hat, ach nee, bleiben wir lieber bei unserer englischen Sprache. vielleicht, und ich glaube, die Smokey-Fans werden es verzeihen. Die lieben Smokey in englisch, deutsch und was weiß ich. Er, well, you, that's a question from me, you left Chin Chapman, which is an important thing, because, you know, the Smokey Sound was very near to the Chin Chapman Sound. Er, well, er, if you look back now, because I think it's half a year ago, well, more than enough. Yeah, yeah, yeah. Since we left, yeah. Yeah. Er, was it right to do it, or did you say, well, okay? Well, it had to be, you know, because we've been with them five years, and five years is enough for us, and it was enough for them as well. We needed to do it ourselves anyway, and it, you know, you can't really say how it's turned out yet, because this really is the first release we've had since we left them, so we'll have to wait and see whether it's as successful as it was. But you feel good? Yeah, I feel great. Ich hab Smokey gefragt, dass sie Chin Chapman verlassen haben, war sicher ein ganz wichtiger Entschluss, denn ihre Musik hing doch sehr musikalisch von den Kompositionen der beiden ab, und Chris hat's gesagt, und die anderen haben's bestätigt, dass sie sich sehr wohlfühlen, dass dieser Entschluss im Nachhinein richtig war, und die haben ja fünf Jahre zusammengearbeitet, und dann musste irgendetwas neu sein. Would you say that the music has changed? Not really. Nah, we always just try to keep up with what's going on a bit, you know, but nothing, but we always try to... Smokey stayed Smokey. Yeah, because we got to, you know, because that's basically what we always do. We can't do anything else. If you listen to it, you can tell it's us. Oh, it's not Elvis Presley. Ja, Terry, beziehungsweise Pete sagt, sie sind also jetzt nicht Elvis Presley geworden nach diesem Wechsel, sondern sie sind Smokey geblieben, und man hört es ihren Liedern auch an, und sie sagen, natürlich gibt es immer ein bisschen Wechsel, denn man muss ja sozusagen im Trend bleiben, aber grundsätzlich hat sich nicht so viel geändert. Und es gibt natürlich auch auf jeder LP, auch auf der neuen, die übrigens The Other Side of the Road heißt, Titel, die noch nach richtig alten Smokey-Stil klingen, ein Titel, der mir da aufgefallen ist, war guten alten Smokey-Sound. It's interesting how, yeah, how Smokey fans are interested in your personal life, of course. The guys from German Democratic Republic, which is Petra Gronach aus Leipzig, there's an Ellen fan, I think. She asks, how is your telephone number? We won't say it, but we have phoned with a Mrs. Silsen from Bradford, but it wasn't your mother. Do you know a Mrs. Silsen? Well, there's probably a few. Yeah, there is quite a few Silsens in the phone directory in Bradford, so they're probably... There is not one of them. There again, it could have been my mother. There's as many Silsens in Bradford as our Schmitz in Munich. Silsens in Bradford wie Schmitz in München, but you know, they do it, they try it. Yeah. Is your private life disturbed a lot by fan things? Ist Ihr Privatleben sehr von Fan-Anfragen oder von Fan-Eingriffen gestört? No, because we live in Dublin. We live in Dublin at the moment, you see, so nobody knows we're there, aren't we? You're all going in the wrong country. Also im Moment nicht sagen Sie, weil Sie in Dublin leben und da werden Sie eigentlich in Ruhe gelassen. But you've said it now, so the piece is finished. Yeah, we said it now. Nachdem Sie jetzt gesagt haben, wo Sie leben, ist natürlich die Ruhe vorbei. Well, I think I should ask some questions from the listener. The other one is, how did you make the background from London is Burning? Ah, that's an interesting question. Set fire to Bradford. Set fire to Sydney. We got some sound effects tapes and we took out a lot of different people, crowds cheering or there was a crowd thing where they were all screaming and stuff. That was an actual riot in Japan. And we recorded that and then we went out ourselves and made a few sort of shouting things like going, I'm on the dog, he's taking his arm, fire, 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 don't jump. Das war die Frage, wie Sie den Background von Londons Burning zusammengekriegt haben. Und war das eine ganz interessante Frage? Und hier ist noch eine Frage. Do you know the other single tracks you're gonna release? Not really. We're sort of waiting to see what reaction is on the album and then we'll judge from that. We're thinking of Don't Take Your Love Away this time. Maybe I can ask a listener to write in. Yeah, that'd be great. Okay, also ich hab gerade gefragt im Auftrage von der Hannelore nochmal, welchen Titel sie denn als nächsten von ihrem Album auskoppelt werden. Und sie haben gesagt, dass das noch gar nicht klar ist. Und wenn ihr natürlich Smokey-Fans seid und euch dafür interessiert, was eure Jungs so machen, dann könntet ihr natürlich an Pop nach 8 schreiben. Ich kann euch garantieren, ich will eure Wünsche an Smokey weiterleiten. Und vielleicht ist das tatsächlich eine echte Hilfe für die Gruppe. Wir werden uns gleich noch einen Titel anhören. Vor aber eine Frage, if Pete and Chris write songs together, who writes the music and who the text? Wenn Pete and Chris zusammenschreiben, wer macht die Musik während der Text? Pete writes everything and Chris gets the credit. No, we both write both music and text. We both do both. And then we just sort of get together and play each other our song ideas and then finish them off together. So I play guitar as well as drums and float, vibes, piano, spoons. It's the same with me and I'll... It's the same. Also it's a good cooperation. Yeah. Also wenn sie arbeiten, dann arbeiten sie gemeinsam und hauen sich zwar zwischendurch die Köpfe ein, aber grundsätzlich ist alles, was dann letzten Endes auf den Markt kommt, eine Gemeinschaftsproduktion von Smokey. Well, I think the German fans are very, was heißt engagierte Fans, engaged, das ist verlobt, aber ist egal. You know what I mean. They are really doing something for you. Oh yeah. It's loyal. Yeah, loyal. That's what I was looking for. We love them. You love them. That's what I'd like to ask you. Have you got a certain connection to Germany? Haben sie eine bestimmte Verbindung zu Deutschland, denn die deutschen Fans sind wohl doch die treuesten oder zumindest eine der treuesten Fangemeinde auf der Welt von Smokey. Yeah. A friend. A friend at home. Yeah, it is. It's like, we like Germany a lot, you know, because we had a lot of success here and everything and it's just great. We like to tour here and stuff. And we know a lot of people here. We've been coming here for a long time, you know. We've been coming here for, oh, five years. Five years nearly. We've been coming and playing and doing TV shows and stuff, you know. So we know a lot of people. When we get off the airplane, when we come from there, it's just like going somewhere where you know. It's not like, I don't know what even the place looks like. Yeah. It's amazing. Das war ganz interessant, was die beiden gesagt haben. Chris hat gesagt, dass sie natürlich eine ganz bestimmte Verbindung zu Deutschland haben, denn seit fünf Jahren sind sie bereits hier und spielen und haben natürlich eine Menge Freunde gemacht und der Terry hat hinzugefügt, dass natürlich, wenn man nach Deutschland kommt, man bereits weiß, was einen erwartet. Also sie haben ein gutes Gefühl, nach Deutschland zu kommen. Maybe you should have called your song Belinda, maybe Kat. Sie haben überhaupt alle weiblichen Schmitz, die uns heute zuhören. Und ich bin sicher, das sind ein paar. Well, maybe they have a question you have to the listeners, because they ask you a lot. Is there something you want to know? Because if they write, what title you should release, maybe they should answer another question you have. Are they coming to our concert? I don't know. You can't ask them any questions, they can't answer us, can they? Do you like Smoky? That would be a question. Yeah, well. You're sure they do? No, no. I hope they do. I hope they do, but we could get some funny replies back. Okay. If I say no, then we'd be upset, then. Ich hab den Chris gefragt, ob sie vielleicht ein paar Fragen an die Hörer haben, nachdem unsere Hörer so viele an sie gehabt haben, und die haben gesagt, na ja, eigentlich nicht so sehr. Und ich hab gesagt, ein Vorschlag wäre doch, münd ihr Smoky? Und er hat gesagt, ja, es können natürlich einige witzige Antworten zurückkommen. So, what I have to do now, to thank you. And you know not the cities you are playing in Germany, of course not. Not properly. The first one's in Cologne, I know, but we do in Cologne and Frankfurt and Munich. There's a man behind me. Hamburg. Messing the belt in a bag. Essen. Essen. Heidelberg. Heidelberg. Yeah, that's... München. München, yeah, that's important for us. Und wieder greift Pöppel einen. Ta-da! Salzburg. Er hat mir gleich die Liste hingelegt. Salzburg war ein Witz. Also München ist die einzige. Ich dachte, there are not a lot of gigs you do in southern Germany, so. There's not? No, you should have to come again. Oh, we will do, yeah. You know, what we could do, you know, I did a very good live thing yesterday with Cloud, with 4,000 people around here. Maybe do the next live gig together. Yeah. Smoky live. Well, we did invite him a tour with us once. Yeah. No, it means with him. With him, with me. With him, not Cloud. Oh, no, Cloud sounds more appetizing. My wife wouldn't... Also, is gebongt. Pop nach 8, demnächst live mit Smoky. Wann wissen wir noch nicht, aber versprochen. Und wir kommen irgendwo nach Süddeutschland, wo Smoky noch nie war. Okay. And now we say goodbye. Maybe you are saying goodbye. Just as a single. This is Alan. They know your voices, but they didn't know which one was the right. I'm Alan, and I'm saying goodbye. You fool. We made it rather. This is Chris Norman speaking now. And goodbye, everybody. Goodbye. Goodbye, everybody. Goodbye. He never knows when I'm at home. Goodbye. Yeah, this is Terry at me, and thanks for putting up with us for the past 25 minutes. This is Pete. I'll wait to see. No, no. Again? You're not waiting again, are you? I'll wait again. No, I'll wait to see. Goodbye, mate. Feed to see. And that is Thomas, sagt auch wiedersehen, endlich mal so in der richtigen Reihe, in die ich hingehöre. Also, schönen guten Abend, Dankeschön, und hier ist der Titelsong des 9 Smoky Albums. Mit dem verabschiede ich mich. Bis morgen. Morgen übrigens. Here we go. We stay strong.